so dann geht's los wukong im jungle gegen brodav let's go was gilt man auf wir haben gar keine cc ist diesmal was gar gar nichts dann lass uns an wir haben ganz viel wir haben ganz viel damage over time also ab level 6 habe ich das gefühl dass dieser bot ganz so viel bringen wir kommen top ich kann top kite 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 ich hab eh geskilled er wollte es ganz chillig anbieten also was hättest du denn lieber so ne kille oder ne ich weiß nicht mal was das alles wird die kurs hier heute nicht brauche jungs ich brauche hier unten das ist so ein Beutlinge ja mach mal Aids let's go jahaw dieses mal kriege ich den nicht da ist auch keiner der ihn irgendwie gegen smithet kriege ich jetzt aber meine Blinden wenn du ein Webel drauf machst schon ah einen hab ich gemisst Minus I am the bow so sagt man das so erstmal die kleinen die hier kaputt machen weil die am meisten Schaden machen zack oh Gott hab ich schon wieder gemisst schade ich wurde mal ja ich nervt Pike mal ein bisschen Virus Corona Corona-Boss-Meister oh ich vermisse scherz 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 den hast du gut gefahren ne da ist lieber Staga den Urgoth den brauche ich das heftig den Urgoth den brauche ich den skin Wolltest du das Paket oder den skin würd ich mal ein 10 ausgeben würd ich mal ein 10 ausgeben eigentlich hat Riot auf die Cognitivity gehört da muss ich gehen da muss ich gehen das ist ja eklig das ist ja eklig die den Minion da gerade richtig fertig wir müssen das nur bis Level 6 überleben dann gewinnen aber schief 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 machen wir mal schon ruhiger pass auf da oben was ist das ah ATP der ATP der ATP der ATP oh man das war ein Premium-TP das ist ja bitter ei 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 Doch når du Lenkung eingehen keine Wie sieht's aus? Ja, also wenn du da jetzt reinkommen kannst? Nee, schade nicht. Hab ich mir schon gedacht. Wir sind genau in diesem Moment zurückgegangen. Broloff ist hier unten. Müsste WhatsApp sein. Ich weiß das aber nicht genau. Ah, hier ist aber nochmal Backup und haben wir noch einen Longsport. Ja. Wenn mich jetzt der Pike nicht ärgert. Besser ist für dich, Junge. Hallo, Olaf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo war Olaf? Ja, Olaf war hier unten. Ah, danke. Hallo, Pike. Ich seh dich ja zum Glück nicht. Genau. Genau. So, zack. Ja. Bitte. Corona? Mhm. Sofort Movie wurde's geholt. Ich werde so schnell wie möglich ganken. Ja. Und pass auf, dass er nicht von da unten kommt. Den trifft er nicht genug. Seil ich ja. Jack's Top Side. Oh, oben sieht's da ziemlich gut aus. Ich hab das gegen Jack zu spielen. Da bad ich den einmal nicht und dann... Ich komm gleich Top, ich komm Top. Hm. Keine Chance. Oh Gott. Boah. Kannst doch bitte gehen, wenn du willst, dann kann ich Top gehen. Brawl auf Top. No Marks. Oh, nee. Ja, ich guck auf die Wave raus und dann... Ja, klar. Ich guck das. Ach, da fährt er. Oh, falls hier jemand hinläuft und sonst... Oh, sorry. Loi. Das ist ja so schnell. Können wir den Weg machen? Hm, der Broluff ist gerade runter zu seinem Red gegangen. Könnt ihr machen. Weißer nicht. Können die Trave machen. Los Sklaven. Ich bin auf dem Weg. Los Sklaven. Oh. What? Oh, Mann. Okay, das hab ich jetzt nicht erwartet. Das ist ein Pilz. Wenn du da reinhubst, hast du ihn. Oh, er ist drüber gesprungen. Dann geh ich da... Dann geh ich jetzt hier für ein Rhylize First auf dem Support-Bild. Da seh ich mich. Schade. Wird geflasht, ne? Hört sich gut an. So. Du sollst den mich einfach one-shot und kann eigentlich jetzt nicht. Einfach noch mehr slow, weißt du? Weil er erst slow nicht schon reicht. Ne, ne. Ich brauch noch ein bisschen slow. Wir wollen das ja so unfair wie möglich machen. Richtig. Ich bin ja League of Legends. Der Olaf hat in 50 Sekunden wieder... Olaf hat vielleicht wieder Flash. Ich vergesse, sie kann mich ja dann trotzdem Auto attacken. Ich komm bot. Ich hab Ultra. Ich komm bot jetzt. Ja. Und? Oh! Checks ist miss. Top. Sie hat nicht... Was? Oh mein Gott! Warum ist er nicht gestorben? Du hättest auf den Pike gehen sollen? Oh nein! Ich dachte, ihr kriegt den. Wir sind halt nicht an die Catelyn rangekommen. Nice! Gut gespielt. Danke. Ach, so ein Lucky. Pass auf Olaf auf. Pass auf Olaf auf. Der killt mich einfach toll. Der spielt einfach drauf auf mich und tötet mich fast. Ja, aber wenn wir machen wir das gleiche. Der viel ist real. Du hast ja viel zu viel range. Glaubst du, warum ich die da vor die Runde so gut gespielt habe? Da kommt halt nichts an so. Oh mein Gott. Also zumindest nicht so schnell. Was? Ist dieses Feld zu schnell von dem, Victor? Oh, er läuft es weg. Oh man, schade ey. Oh, ich komme. Oh, ich komme. Hier ist der Jax ultra low. Ja. Komm her. Die brauchen, die machen mein Dings. Aber ich hab doch kein Tower Dive, der Typ. Nein! Oh Mann! Das Spiel ist wirklich Unlucky. Doomt ja ein bisschen. Ist wirklich so Unlucky. Wir haben mehr Glück als Verstand wirklich. Auch noch nicht. Ja, ich hab kurz Mittler in den Victor abgeholt. Oh. Fange ich ab? Soll ich die Aufzeichnung abbrechen? Oder kriegen wir noch den Turn? Das ist der easy comeback. Das hatten wir gestern. Wir kriegen das noch easy hin. Ah, okay. Das Lead-Game haben wir sicher. Bestimmt. Hoffentlich. Soll ich jetzt noch ein bisschen Ebola verteilen. Ein bisschen chill. Ja. Wir haben alle getrollt jetzt gerade. Das ist so scheiße, Mann. Das ist so scheiße, Mann. Ich hatte schon unten Botlane-Kids holen können. Toplane-Kids holen können. Aber irgendwie ist da der Wurm drin, wo ich das nicht geschafft habe. Und da scheiß Olaf, der Snowball sich gerade hoch. Hier unten ist der. Der hat noch kein Kill. Ja. Aber der hat mich jetzt mit Farmer geholt. Ach, und ich nehme meine ganzen Awards mit. Der ist Mittag. Pfff. Also ich brauche Rhylize und ich brauche Rhylize. Ich kombat. Ich kombat. Ich kombat. Ich kombat. Olaf ist auch hier in der Nähe. Ja. Okay. Ich mach den Weg. Done. Er schaffst du Arrow? Ich habe keinen Mana. Olaf ist da. Wir sollten disengagen. Mhm. In 30 habe ich Ult. Ich bin... Ah. Du bist wahrscheinlich mit 5 Ult, right? Ja. Eine Minute bis man hier wieder bleibt. Hopp ist Ult verloren. Aber der killt mich glaube ich trotzdem. Also ich kann halt jetzt ulten. Ich bin auf dem Weg. Stop ran. Ich hab auch gleich Ult up. Ja. Hab gefehlt. Ja gut. Schwer da. Schwer da. Schwer da. Der ist da. Da ist hier. Pike ist hier. Oh oh oh. Hilfe. Pike. Ash. Komm. Ja die sind doch. Die sind doch raus. Die sind doch raus. Nein. Kannst du noch? Ich kann doch raus pushen. Warte. Ich weiß nicht wo Olaf ist. Ich weiß nicht wo Olaf ist. Nee. Kann ich weiter pushen? Nee. Kann ich weiter pushen? Komm mit. Schmaß mit gehen. Nein. Ich kann mich ran. Warum? Komm. Kam nicht ran. Ich wollte nicht rein. Warte so ein 3 gegen 2. Ja. Nicht notwendig. Hm. That plays. Zuschauer. Nicht nachmachen. Komm. Lass uns da schnell ähm. Check das bitte. Oh ich komm bitte auch. Nee. Check das Flash raus. Wer wollte sich rächen für den Gang? Gerade im Top. Der ist irgendwo der Handypeat dann aber. Oder ist für laufen. Keine Ahnung. Machen wir schnell hier den Drake. Hier hast du. Ola. Ich hab kein Flash. Oh jetzt hat der Flash. Das gibt's doch nicht. Weiter. Richtig ärgerlich. Einfach. Weiter. Weiter. Nice. Schade. Sehr schwierig. Was ich mit dem Duwachen? Dieser Jacks macht mit seinem Wee macht er mir einfach 300 Schaben. Scheiße. Ola hat mich überhut. Ich bin dreimal gestorben. Ich muss ein Powerfeuer machen. Schaffen die das? Ja. Ja die schaffen das. Was. Die hat jetzt immer lösch hier. Hass alter. Bisschen an neuen Champion Design einfach. Also zumindest gegen sich zu spielen. Ja. Ich hätte es immer noch drauf. Geht zum Weblog, glaube ich. Würde auch kommen. Ja, kommst du? Wer kann es dann raus? Nein, das fliegt so langsam. Oh mein Gott. 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 Ich habe ein schönes Shutdown-Gold bekommen. Dass du nicht gerade alle sehen musstest, was? Ich habe Pike-Ult überlegt, Kaitlin-Ult überlegt, Victor-Ult überlegt, 2 gegen 1 überlebt. Ash-Arrow. Alter, ich habe alles noch bekommen, Mann. Und 80 habe ich hier rausgekommen. Ich gehe dann mal Bot-Lane, wenn ihr hier in der Mitte seid. Oh mein Gott. Und ich gehe da hin. Ich gehe da hin. Oh mein Gott. 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 Schex ist tot, miss. Da ist Schex. oder oder hier ich habe kurz hier in 20 sekunden oder kann auch gleich wieder mitkommen ist so gemein gelaufen pass auf auch scharf das ist trotzdem lustig das sah trotzdem krass aus aber Jacks verdient das gibt mir Mana wie lange geht denn dein Stun meine Ult 2,5 Sekunden ich komme hier lang wusste ich auch nicht durch gehen in den Bus ich weiß noch dass es lange ist der ein Töte ihn schade so ist kein Ulti oh das so schnell wie man will Trägeschen er war der gefeiteten er hat wieder runtergegangen er hat sich eingelaufen ich habe ihn getroffen er war immer noch so fast er kriegt auch movement speed durch die Wege durch den Weg kriegt er movement speed das skaliert er auch mit Lethalty die wollten den halt dass der diesen Lethalty Weg geht und deshalb wir skalieren halt die ganzen Sachen von ihm jetzt mit Lethalty auch das movement speed seiner Wege ich hasse das ey oh Moisa ist schon ein fairer Champion die Kate die steht einfach nicht mal in der Tower Range die fehlen jetzt hier alle auf der Mitte nice ich kann zum BreakDP wenn was ist Vector hat Flash raus wenn er nochmal herkommt ich habe und schon wieder der Overkill nein drag 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 ult auf ult aber jedes Mal drag 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 zieh raus zieh raus ich habe keinen Smile aber der Drag der der ist nicht da jetzt spielen wir topzeit ja lief doch ich brauche noch 100 fahren natürlich auch wieder zurück nach hause da sehe ich mich ich sehe mich hier auf jetzt hier so ein bisschen support way das macht Spaß so ein bisschen mit der Mitte ja 5 3 support oh mein Art ich gehe ich gehe jetzt noch Hextec GLP ich will noch mehr Friesen er kann ja auch das ist so krass das nächste Mal gehst du noch ja ich glaube das machte ich bringe auch nicht unter dem Schauer drauf und kippen mich fast alles klar ich komm top oh jetzt los drauf ich komme von der ganz anderen Seite er weiß gar nicht ich kann die Masse ich bin auch da ich bin auch da ich bin da oh oh ich bin stehender Base mit meinem Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move-Move Unlucky oh fuck oh fuck Mann da war auf dem Pike ein Gusch ja oh der Jax hat überlebt ja ja what oh nooo oh nooo fand sie gut gemacht ich hab das überlebt mit Jax ey ja der Jax hat es überlebt bei der er war so schnell der springt immer weg ja ich dachte der wäre tot gegangen ja ich auch deswegen bin ich auf den anderen gegangen ne 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 der war nicht tot haben wir aber auch nicht ich war ich war da Unlucky ey so Unlucky ich hab versucht Pike da irgendwie effekt zu krass ich bin so jetzt out of game ich bin auch nicht viel in game drin wir trappen jetzt alle hier im jungle mein AEC gewinnt das solo gehen wir einfach den Baron ab ich hab keine Lust zum Baron gemacht nicht ich hab Vertrauen na vielleicht mal gucken nach Lust und Laune ne mach mir mal jemanden Kaffee hm dann mach nicht mal einen Tower aber ne die Baron machen sie manchmal geht dann jetzt auch hm ich darf nicht Potzeit gehen weil sonst Jax Jax hier pass auf hinter euch ähm ok sehr interessant Jax geht ab na ich steh hier oh Gott ich steh den kommen drauf von oben muss laufen muss laufen genau hier kommt jetzt der Old rein GG haben wir Barron Barron hier war doch noch wir sind viel mehr oder da war doch jemand hier war das nicht eine Bombenult sag mal ja richtig gut ja grüß mich liebchen ich helfe Barron hier ist noch jemand hier steht da im Busch und weiß nicht das wie ich ihn sehe ach ja so ja hilfe 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 komm 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 ich kann jetzt wieder mit 40 Sekunden helfen es tut mir leid hab ich kurz abgefangen ja wieso haben die alle diese scheiße Wackellenze du hast gerade für mich den Ulti abgefangen von Catelyn abgefangen hab mich ja extra davor gestellt wirklich ja ich dachte das war Zufall nein dankeschön gerne so die wollen wahrscheinlich Greg vorbereiten oder so ja oh mein Gott die sind alle hier vorsicht pull 20 Sekunden hab ich Ulti Hallo Pieke mag ich mir wieder den Bluboff snacken? ja das weiß ich versaust den jetzt einfach jetzt sehen wir uns oh hilfe 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 ei das meinte tatsächlich der oh wir haben es meint gleich die nächsten gleich die nächsten die sind es weiter hilfe ich bin auf dem weg oh oh ich bin tot oh oh die beiden haben wir die beiden haben wir die ganze Zeit hier rum unser Kopf hier die läuft die ganze Heringe raus so jetzt jetzt kaufe ich mir noch Leandries jetzt brauche ich auch noch Schaden ja man Leandries oder warte mal ja Leandries macht den Sinn sonst hätte ich gedacht oh gelllos falls jemand Leipzig oder dabei ja Leandries ist ja erstmal leandries aber morelos glaube ich auch noch nicht schlecht ja mach mal lieber erstmal Leandries durch ja er wollte sich den aber hat es leider noch nicht geschafft Leandries macht mehr Damage Leandries und dann Morello und dann bin ich ja habe ich auch schon ja dann bist du eigentlich auch schon fast fertig ja bin nicht fertig nach dem bestimmt da habe ich keinen nur freien Slots mehr leider hm 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 Portempo ein bisschen ich bin ja die Portempo ein bisschen Hilfe ich komme raus 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 in 17 Sekunden Urlaub oh schon der rennt zu schnell ja ich sag doch der ist voll flink oh der Rückkrieg meins ich steh mal mit guter 3 Lass mal mitgehen ja ah ähm Hilfe Hilfe mit oh what Hä wir verlieren unser Inhip ah der Jets ist nicht reingerannt ne meine Hände verlieren wir nicht die ganzen Fallen die hat doch ein Vogel die möchte wirklich ein Dreieck haben kann man natürlich oh kannst da zwischendurch gehen ja also ich konnte es oh die kann ich durch oder auch nicht bot lane oh shit jetzt haben wir dann so lange rum ja ja ich kann da ein Error hinschicken ist schon gut ne lass das ist äh Error 004 Ach echt Error ist die ganze Zeit von uns ich versuch dieses Ding ganze Zeit zu dodgen check's die Pizza ja Fehlermeldungen versuch ich auch immer zu heiden er ist ja roh ja die Fehlermeldungen versuch ich immer zu vermeiden ja könntest du gerne einen Blu bauen nur 3k Maler die Hälfte davon ey hör auf oh pass auf bin auf dem Weg bin auf dem Weg huiii ist er tot? hat er gedacht good job oh Pike ist solido wie viel war Bots da ein wikido urfan Olaf top Olaf top naja und Jax wenn der Viktor herkommt dann hab ich den er kommt ja schade kann das sein dass dieser Olaf so viel CS hat mhm deswegen also wenn irgendwer von denen zu dir geht dann hab ich den was vielleicht sind es 3 wen hast denn davon wenn es 3 sind äh keine Ahnung irgendwen komm mit her komm mit her ich komm mit her ah ich würde dann aller ich war dann mich hatten sie dann alle Olaf kommt auch mit ich wäre gerne rauf gegangen aber ja wir haben 1move 1 for 1 Freight ist ok ja der Pike konnte ich nicht entgagen lass uns das nächste mal Kater machen weil das ist mein Gold ja ja der Pike wollte ich halt gerade entgagen deshalb wollte ich die Map du musst raus ich du hast zwar noch Ult oder ich keine Ahnung der Olaf kopf ist wahrscheinlich nur sowas wie es bild wird ja mach der auch ne 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 ey jetzt mal meine Pilze stehen die machen doch gar keinen damage Olaf ist unten oh Gott ja komm her ach man ich rennt die ganze Zeit hier rum und ich versuche die Wards zu clearen ich versuche die Pilze zu stellen die gleich wieder weg gemacht werden jetzt will ich aber diesen Blue aufhaben ein Olaf dafür töd ich dich ich schaue 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 komm botline alle oh nein gib ihm den Krebs nice sehr schön oh sie selber man weiß nie ich gucke ja ja ging doch mit dem damage man muss den Bluebass sichern drag is up oh man was war das ich hab keine ahnung warum gehst du wieder zurück nein das sind die fat fingers ab zum drake machen drake er musste leider sterben ja ich sag ja die machen den haben schon er meine ich ja kann der vergangenheitszahn habe gesagt sagt es ist das klingt grammatikalisch nicht besonders gut und weil dafür ist wukong halt immer gut 32 kilometer in seiner weh schönes ding fragen fragezeichen können wir machen ich habe noch ein bisschen jetzt was raus ich habe ein euro ich habe mich auch da geworden ich sehe mich so krass hoch schnitz ja fernig ich brauche noch ein kill auf wen denn ich muss die kälte noch töten meine hand aus 6 hier oben das ist der weg da noch so wird da habe ich gemacht du warst dabei es reicht und was macht den leckster blöd wir haben mit der ja keine mit dem der wollte der wollte montage glägen der ist nicht der ist nicht im gegner tiefen das sind jack helft wie woher war da nicht kürz 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 Na ja, aber läuft doch so weit. Bist du, wir kommen noch zurück. Oh, du bist fort, oder? Nein, nein. Nee. Ich geh mal schnell ab. Oh, oh. Ich hab mein Kitzler nicht auf irgendwen verteilt. Boah, ich brauch noch Gold, wir rabatt uns. Äh, tschüss. Alter. Ausdruckszeichen? Nein, stopp. Vorsicht, die kommen alle zu euch. Mach, 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 mach. Ist okay. Oh, so. Äh, geh kurz mal ein Leandres kaufen. Oh. Mit so red, ja. Ja. Dann kosten wir jetzt noch Moralo. Jetzt noch Hue Reduction. Ja. Schießt die Wehen. Mach da auf die Erben oder was? Ja. Okay, danke. Oh, hier ist Olaf, Alter. Hilfe. Ich komme, ich komme, ich komme. Hilfe, schneller. Gukong. Ahhhh. Jetzt müsst ihr ihn aber auch töten, weil jetzt hat er den Reduction. Das macht sonst gar keinen Sinn. Alter. Dann kommt ihr ja nicht mehr von dem weg. Hm. Ich brauch mich für den. Loll. Was ist das da unten? Oh, wenn du steckst. Oh, ich komme mal. Ich komme mal. Versuch zu kommen. Nice. Ja, lief doch. Ich hab auch noch zwei getötet. Good job. Ich hab Killed. Ich hab 3k. Ja. Oh. Oh. Oh, der sieht so aus. Lol. Der hat leider sein, oder? Ich hab einen Brust. Ich hab einen Brust. Jetzt aber. Wir brauchen Towers. Und Drake. War alles gut. Okay. Ähm. Zwei sind wieder am Leben. Ich hab zwei Töts. Ich hab zwei Töts. Zwei Kills. Also es passt jetzt euch heftig. Goldpuff. Okay, du musst gleich schon raus. Und da ist noch ein Blubuff. Nice. Und ein Blubuff. Nice. Und ein Blubuff. Immer besser, Alter. Siehst du? Hey, mein Blubuff. Hey, mein Blubuff. Merci. Boah, jetzt haben wir. Den Drake wollen wir auch hier haben, ne? Merci, gut. Eigentlich schon, ja. Ach Gott, ey. Der, der, ich bin verflucht mit dem Olaf. Das ist echt. Ich kann man nicht besser. Vielleicht hast du irgendein Holzfäller dabei drauf? Ja. Glaub ich auch, Gott. Esch aus Holz. Ich bin Holz. Oh, Mann. Ich hab geholfen. Mehr konnte ich nicht mehr machen. Oh, Leute. Das sieht echt affig aus. Hm. Hämmer. Ich liebe O-Rotation nebeneinander stellen. Fertig. Pass auf. Wir kennen das nicht. Das sah halt echt affig gerade aus. Oh, Mann. Obwohl er fährt blind zu, Alter. Hahaha. Der haut einfach fufufufufuf. Also passiert nicht. So. Das ist so ne Scheiße. Ja. Vor schon mal im Mittag. Brauchen wir noch einen Tower. Nach jedem Fight bekommen wir nur einen Tower. Hahaha. Aber reicht doch. Guck mal, jetzt haben wir schon drei Kills mehr als die Gegner. Im nächsten Fight haben wir noch mal drei Kills mehr. Mhm. Dann haben wir das Spiel gemacht. Hast du die Catern jetzt schon getötet mittlerweile? Ja, klar. Wir haben ja grad unten 2v1 gemacht. Nein. Easy peasy sagste. Ja. Das will nicht sagen, dass die Catern ist half last glaube ich, oder? Nee, fast. Timo muss einfach für mich nur autotagnen. Kann ich gleich drauf reden. Ja. Ohhhh. Krass. Schon echt bitter. Ja Timo, du musst einfach nur für mich autotagnen. Ja. Einfach alle fünf einmal autotagnen, dann zieh ich einfach alle für mich. Hier kommt doch gleich jemand zum Red. Timo ist gleich wieder auf. Mhm, ich komme. Oh ja, oh ja. Der Olaf. Oh ja, Olaf. Oh man, mag der Olaf. Ah, der sieht dich leider. Wird's dann zum Jax hochkommen? Weeeee. Tp ist Tp zum Jax. Hey, da kommt Tp. Ah, ich komme. Ich pusch Toplan weiter. Geht rein, geht rein, geht rein. Geht rein, geht rein. Geht rein. Aha. Pike ist auch da. Ich will eine Scheine. Oh mein Gott. Ich bin jetzt reingelaufen, echt jetzt. Neu. Ja, Pilz und mein Corona Virus. Aaron Young? Aaron Young? Ja, gerne. Alter, ich hasse die Andres. Oh, schade. Na gut, ab zum Baron. Komm, ich stehe jetzt noch nicht. Oh, top. Nice. Komm dir mal zu mir? Ja, komm mal. Nö, ich mach jetzt erstmal kurz Pause. Ich brauche noch 60 Minuten. Komm dir mal in Baron? Ja. Ich geh mich einfach gegen, Alter. Ich geh mich einfach gegen, Alter. Oh Gott. Eieieieiei. Oh Gott. Ich brauche noch keine Ds mehr setzen. Oder keine Qs. Hehehe. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin hilfreich. Oh Gott. Oh Gott. Have some heavy. Plong 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 plong. Hey, da ist ein Olaf. Ich habe gerade so einen Kumpel von seinem Augen mitgenommen. Oh. Hehehe. Ah, schön wechseln. Das macht Spaß. Scheiße. Ich kriege noch Ryleyes und dann geht's los. Du auch noch. Ja. Von Birg und dann sagen wir noch, wir haben keinen Zinz. Am Anfang. Wie bekommen wir das Zinz nach einer Weile? Ja. Aber trotzdem. Ich bin wieder da. Ich habe genau 99 im R. Da ist was Böses im Busch. Das ist so geil. Einfach. Ich kann einfach alles eben. Timo. Timo, wir laufen einfach zusammen. Ja genau. Oh Timo, Timo, Timo. Ah jetzt halt die Ult. Ja. Ich kann da nicht durch. Ich will da aber durch. Oh je. Jungs. Das sieht nicht gut aus. Ich bin da. Krass. Das Kiten ey. Wahnsinn. Nee nee. Immer ich Angst vor uns, Mann. Alter, das war fantastisch. Ich habe nur eh gespammt. Ich habe einfach einen Nautkrieg drauf gemacht und es war so krass. Krass, das überlebt ey. Okay. Ja, mein Schild hat Skalita mit Mana und ich habe so 3000 Mana. Oh je. Sehe ich uns dann nachher auch einen One for All? Nee. Oh, okay. Das spiel ich nicht. Wo ist denn mein Timo? Ich bin tot. Weg ist gleich ab. Das wir haben zu erzählen. Okay Olaf ist wieder da. Ich geh mal kurz raus. Zum Drake. Ab zum Drake. Also. Habt ihr meinen? Ich kann hier drinnen bleiben. Kann ich von der Ward hin stehen? Da kann ich rein tippen. Kannst auch auf deinen Pilze tippen. Ich habe keinen dabei stehen. Oh ich war dabei. Ich habe noch 250 Geld damit. Schau, wenn die aus der Base raus gehen, dann kriegt die in die Base. Aber du wirst. Also ich bin jetzt Goldwirt. Nein, ich leider nicht. Ich hätte mich auf 1000 Gold. 1400. in der Base. Ich weiß nicht. Guck mal oder mal. Genau. Ich habe 180. Let's go. Ich habe 105. Ey. Das ist ein kleiner Vorteil. Dann machen wir 80 Wette. Ich habe 102. 80. Ich habe 0. Ehm. Mach mir MR Battle. Hast du auch mehr? Sag ich dir. Ich habe 52. Mana Battle? Ja, auf. Nee. Wo sind die alle? Lebens Battle. Kommt die mal alle raus. 2650. Ich habe 3106. Ich habe 3106. Ich habe 3105. Tja. Tänk Malzah. Okay. Das will ich wenigstens mit den Rheintipfielen. Nee. Du musst aufpassen. Wettel. Ohne Boots. Ähm. Ja. Guck mal. Ich bin schneller. Wettel. 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 Ohne Boots. Ohne Boots. Vielleicht kann ich leider nicht kurz ablegen. Habe ich leider keinen Schrank für meine Schuhe. Einmal so ein Teamfighten und dann wenden. Hm. Ja warte. Und er hat keinen Ulti mehr. Oh. Blubach. Ich bin 4 gegen 5 gerade. Blubach. Ja. Ja. Olaf hat keine Ulti mehr. Der ist un-wissless. Warum Pusht ihr nicht Bot? Das ist doch viel besser. Mit Barren-Buff oder? Habt ihr noch? Ich hab keinen Barren-Buff. Ah. Jungs, Jungs, Jungs. Oh. Timo kommt noch. Komm zur Hilfe. Timo. Wir brauchen deine Autotext. Hm. Wir wissen, dass wir hier sind. Da kommt ein Arrow. Daneben. Alter. Mitten durch. Wow. 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 Ich weiß nicht. Wow. Er war richtig gut, ey. Aber durch alle durch, so weißt du. Es muss mal eine treffen. Wie kann man das denn riesen, weißt du? Ah, nee. Der hat sich rausgekommen. Oh, hab getroffen. Oh, shit. Oh, hab getroffen. Oh, shit. 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 Wir laufen einfach vorbei. Wir laufen einfach vorbei. Wir laufen einfach vorbei. Wir laufen einfach vorbei. Ja, genau. Perfekt. Wir haben uns nicht gesehen. Tschüss. Oh, oh, nein. Nicht unsere Eich. Nicht unsere Eich. Doch. Aber die haben mich gesehen. Wir haben da Wurchen gehabt. Hast du weh? Oh, kack. Kann keiner hoch live ziehen. Ja, ich hatte halt leider kein Oracle gehabt. Ach, wo ist der Lef? Ich puche die Bot-Line. Eieieieiei. Oh, hab ich. Also, gucken. PyCard QSS, der ist schlau. Olaf ultet sich raus. Top-Line hat auch QSS. Wir gehen runter. Ja, du kannst ja ulten. Ich kann da dann nochmal ulten. Ja. Ich kann auch ulten. Oh. Du stellst Trap, ich glaub immer rein. Headshot, push. Push, push, push. Da kommt ne Arrow. Oh no. Der trifft aber glaubt Uboen. Ne, der trifft nix. Ne, der trifft nix. Der trifft nicht. Also ich meine, manche... Wollen wir zum Baron gehen? Komm, wir gehen zum Baron. Er schon nicht. Wir können das doch einfach enden, oder? Ja? Ja. Ja, wir sind 40 Sekunden tot. Okay. Einfach hinlaufen. Genau, hinlaufen. Kassel kann natürlich auch tippen, aber... Er kann auch noch tippen. Was? Ich dachte wir machen den jetzt. Voll enttäuscht. Gute Kommunikation hier. Ja, ich mach den. Ich mach den, ich mach den. Alles gut, Jungs. Okay. Die gute Absprache hier. Ich chill in der Bayes und bin tot. Mein Mana reicht nicht dafür. Wo ist die Catelyn? Ja. Also wenn ihr noch Pilsen kommt und wartet, kann ich mich hin, tippen zum Baron. Ist auch ne Laune. Ja, ist schon vorbei. Gewonnen! Krass! Tschüssi! Ich war so auch noch game. Ich hab niemand Mausleck. Genau, gewonnen. Krass. Keine Ahnung. Good job, Jungs. Mein Mund, da schätzt das immer. Durch die Pilsen trink ich immer fast immer die noch. Nachdem das Early Game, wie nenn ich es. Verkackt haben. Ja, ich hab auch Temmel. Muss ich onern. Alter. Na klar. Alter. Alter. Ashes halt echt nicht mal her. Ohne richtigen Support, ohne Arten Support mach ich nicht. Krass. Also ne Lulu oder sowas ist schon krass dann. Auf Ashes. Ich brauch schon 32.000 Schaden ey, Wahnsinn. Aber. Nicht schlecht, Jungs. GG. Also gegen das Team, den...